Setz da hin und sei ruhig. Hey! Herr Wamba und, ähm, Pennutz mich und P-Bagboy. Präsentiert euch die Spiele. Mach an hier und siebst ne Schelle. So, klickst Daumen nach oben und klickst es bis zum Ende, sag ich dir. Sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. So. So, da sind wir wieder. Sind wir schon wieder. Hau de, Freunde. Oh, die Freunde, Panzerstorm. Oh, was beim Geschütz kommt eigentlich so? Oh, ist das laut! Oh! Oh, scheiße. Was, den hab ich angeblich überhaupt nicht getroffen? Bezweifelig, aber mal stark. Ach doch, drei Punkte, dann waren es dann noch. So. Naja, nächstes Mal spielen wir auf jeden Fall wieder hier Operation, ey. Macht Spaß. Operation macht Spaß, ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich fände auch gut, wie Erik und Moppel immer im Squad zusammenarbeiten. Ja. Das ist wirklich, das ist so hilfreich. Was hat denn Moppel hier eigentlich für ne Klasse? Sniper. Sniper. Ne. Doch. Ne, das wird bei dir auch angezeigt, das Symbol. Das sagt nur, dass wir im Fahrzeug sind. Ach so. Okay. Da ist ein Panzer übrigens. Ich hab den mal markiert. Orange. Warte, das ist ein Jäger. Äh, das ist kein Jäger. Aber der... Warum wird der mir nicht... Der hat keinen Punkt? Keinen blauen oder... Doch, der hat keinen Punkt. Echt? Bei mir nicht? Kann es sein, dass du den da links meinst? Ja. Da sind zwei Panzer. Ach so, ja. Ja, Jena ist jetzt schon weg. Das war aber auch Jena von uns. Ich weiß, wie du ihn gemeint hast. Ah, okay. Du, bei mir wurde nämlich kein Punkt angezeigt. Oder der war so klein gewesen, dass man den nicht gesehen hat. Wollen wir mal reparieren eigentlich, sag mal? Ne. Ich sitze ja oben, ne. Das ist ja aufpassen. Den ganz drucken, ne? Ja. Mach ich, mach ich schon. Warte. Nein. Der Usi hatte Teilzeit umgestellt und trotzdem zu spät nach Hause? Oder fängt sie einfach zu spät an? Ne, noch nicht. Erst nächsten Monat. Ach so. Aber auch nur, wenn die Chefin dran denken, mal den Vertrag zu unterschreiben. Den hab ich. Naja, Teilzeit nicht. 35 Stunden dann. Naja, aber genau. Ja. Treff ich den denn nicht? Und rausgeschossen. Na endlich. Ich hab mich schon gewundert, warum das so lange dauert. Ne, bei euch im Panzer spawne ich nicht mehr. Dann sitze ich ja gleich wieder oben drinnen. Aber könntest du als, dann musst du nicht den ganzen Weg laufen. Werden jetzt bei D gespawnt. Werden jetzt bei D gespawnt. Verlieren wir sowieso gerade. Ja. Ja. Na gut. Dann mach trotzdem immer weiter. Unerachtet dessen. Ja. Ja, ja, ja. Oh. Ja. Das war's. im kampf gefallen naja ok interessant der baum hier geht nicht weg das ist ja nicht von arschloch so will jemand mit hier boah der harte ziel friedlich verloren ich glaube hier nicht raus nee nee raus aus dem wagen ganz komplett raus das hier ist ein kleiner Punkt, wo sind die denn? Alter, das ist nicht dein Ernst das ist nicht was ist denn? Muggel, Alter, siehst du den? Wo ist denn der? Alter, jetzt reicht es mir mit dem ich bin genau an ihm vorbeigerannt war mir klar, dass er an ihm vorbeigerandert naja, ist klar und da mache ich schon einen Kill überhaupt? oh ey, bei C sind ja alle ey ja genau, wechsel los den Fahrersitz und rausgebrannt cool boah nee ey boah, ich spaw nicht mehr das ist ja der Horror, oder? das war ja auch kurios der Panzer hier, der gegnerische war mit einem Schuss weg gerade aber nicht von mir wer auch immer das war wow kann mir mal jemand sagen, was mich hier beschließt so übelst jetzt, also wirklich du wirst doch nicht, was du hast hier läuft er wunderbar bei mir meinst du? 1 zu 3? ja bei dir also hier im Panzer ja ja, dabei finde ich schon ich bin gespawnt und wurde oben mit der Bandgranate rausgebrannt aus dem Feuer aus dem Geschützturm da was war denn das? oh jetzt jetzt sind wir auch tot das Flugzeug ist einmal über uns rüber geflogen Alter, da war vorbei bin bei dir drin okay, ich fahre jetzt einfach mal ja, zu E genau steht da rechts ein Panzer irgendwo? oder was war das? ich hätte doch fast vermutet was war denn das? war die Grippe ja, ich weiß nicht, was das ist geht auch noch ich habe gar nicht versucht zu reparieren ne, brauchst du auch nicht hast du recht dahin steht der Panzer wunderbar vom offenen Feld ist das immer eine sehr übliche Idee was ist denn jetzt? was ist denn? naja, ich werde von dem Panzer beschossen hier hinten jetzt schon ja und wenn ich Gegner sehe werden sie mir vor der Nase weggeschossen das ist wenn es scheiße läuft dann läuft es scheiße wo dieses Netz ist wo ich gerade herkomme ja, da in der Nähe irgendwo war auf jeden Fall Ena hier unter dem Häuschen boah, da ist doch immer noch Ena da ist doch immer noch Ena Wiederbelebung in dem Graben? die sind alle Sturmsoldat okay hier ist nur aktuell oh, da kommen sie mit Fahrzeugen hinten an ich habe hier auch ein Fahrzeug denke ich zumindest wo ist denn hier drin in dieses scheiß Haus steig ein in den Panzer alter oh, bloß raus aus dem Wagen hier wieder bloß raus sag ich dir sag ich dir bitte oh, das klingt man ja ganz ehrlich umso öfters mal wiederholt umso schneller steigt man übrigens aus falls du lieber nicht wusstest ja doch, mach ich auch immer und umso lauter man schreit vor allen Dingen auch noch dann oder berührt ich gehe jetzt zu E ich bin zwar halb tot aber ich gehe jetzt einfach mal zu E ich gehe auch zu E ich rufe mal zu E ich gehe mal zu E jetzt naja, naja und ich rufe zu E ich gehe, naja, gehe was explodiert denn hier so übertrieben krass schon wieder hoffentlich irgendwas naja, da läuft was und abgeknallt natürlich die kriechen direkt nebeneinander achso Gegner und Feind und zumindest laut Farben ja zumindest laut Farben ja sieht aber eigentlich ein Sud aus bei mir hier komm schon, mach hinne ey zu krass ey ja ist gut beruhig dich einfach mal jetzt da was ist denn hier los hier explodiert ja alles alles geht hier kaputt neben mir das ist doch nicht normal du bist schon wieder da und was ist los ja, dann bist du wieder tot naja, klar weil ich genau den Weg wähle wo alles explodiert und wo die Gegner auch alle lang laufen ungünstig ja hier liegt ne gegnerische Panzermine Abwehrmine oder was das ist genau jetzt nicht mehr ich leg mal hier innen von uns hin gibst du irgendwo Muni mal hier ja, bei mir hab ich da hingestellt so wir haben zur Zeit gebuckelt jetzt endlich mal abgestellt auf wen schießen die? da ist die Gegner hier halb Kette tot fliegt hier 20 Meter weg kommen wir gleich ne, das war der andere war auch nicht mobile mobile war es auch nicht und einfach weg hier von dem Scheißpunkt ach du Scheiße was ist der da halb Kette seht ihr einer ihrer Panzerwachen ne 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 das ist wirklich da kann ich nur wieder lachen und sagen wir sind ja alle kann ich nur sagen absoluter Schwachsinn oh Gott Schwachsinn der Maul ist hoffentlich vorsichtig alter der läuft bei 5 Gegnern drin der ist jetzt wirklich Sanni ich nehm jetzt den Versorger weg hier hinten mal zu dem Typen zu B gehen ach da sind's ja auch schon alle cool ja geil Spawn bei dem direkt vom Panzer abgeknallt herrlich cool oh läuft richtig gute gute Runden Alter bei E sind alle toll großartig Panzer übrigens da auch noch krass da laufen 100 Leute lang ich treffe nicht einen einzigen das ist unglaublich naja jetzt von der Seite alles klar ihr kesselt euch gerade ein kommen wir jetzt auch von rechts schon Mabel das verlasse jetzt am Sethaus in die Luft die springt scheiße Mabel ist auch tot Fick oh du bist der letzte muhikaner da in dem Haus von Trümmern erschlagen der hat mich nicht mal abgeknallt dumme Sau ein dummer ich bin bei C am Start hoch 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 er hofft mich zu geschießen gehört doch schon wieder schön zu spät gekommen ich muss mal ein Fahrzeug nicht ganz nicht ganz wo wollen wir dann hin oh nein jetzt kann der sich nicht weiter rumdrehen hab da ein Befehl gegeben ich geh mal zu dir jetzt einfach mal raus Mabel raus rein geh doch aus dem Weg ey ich seh nix es ist so krass es ist so krass ey das ist so eine eine zähe runde ist das ey richtig krass ist der hier tot oder was stand doch die ganze Zeitung wo einer oh Gott da hinten steht schon wieder ein feindlicher Panzer sei ich bin da rum auf dem Wasserturm gekämpft also wenn dir hier über den Befehl kannst du ja nur Angst ich hab jetzt Angst ja kann ich dir sagen weil ich oh alter krass der hat mich ich hab mir erst mal 5 Luftzeltos gemacht ey der hat mich ja übelst weggefetzt der hat mich richtig angst oh ne ach ne das ist wirklich nicht schön hier naja kalt mich einfach an euch hier vielleicht krieg dann wenigstens mal ein paar Punkte ey die nehmen sie gerade ein die hast du irgendwie zu können das ist jetzt hier nicht hilfreich um mich zu schieben ne ich hab nur mit mobile ein bisschen Spaß gemacht achso geschäkert geschäkert ja ich glaube er jetzt auch mit dir hinter dir oh Gott glücker naja du hast dich aber schnell umgedreht ziemlich schnell na weil ich einfach so ein Skill habe nicht umdrehen wie ich will jetzt zu E auf jeden Fall erstmal naja wie wir alle naja was ihr macht weiß ich nicht aber ich geh zu E naja ich geh zu E keine Ahnung kann ich dir nicht sagen eine Panzerunterstützung yeah sonst hier sind wir schon bei E ja der Panzer irgendwoher aber nicht direkt am Punkt jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr und probierst du denn hier du Spaß hm wer war dein Titel Hicke achso so gut ist hier noch Platz in den Panzern drin oh Moritz ist da mit Mobbing hier passiert ich bin immer zu C geht noch was also los ist wer hat ihn abgeknallt Sniper wahrscheinlich Tabbik mal Tabbik Tabbix 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 ich brauch mehr Munitionsoldat wo will man hin C okay zu C bring die Anforderung für einen JB2 Luftschlag auf diese Position kein Problem wir lösen ihn aus Achtung wir haben Ziel Doververlager Achtung wir haben Ziel Doververlager Jb2 Luftschlag kommt jetzt hier mh mh ist bei mir mh ist meins meins Luftschlag deins schön jetzt muss ich hier runter weg mh 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 jawoll fahrzeug zerstört genau sehr gut ob er kommt schon wenn das geht oh das ist ja das große Darmtänder ist hier gerade also muss man echt sagen geil 1 2 3 4 5 wie schnell wurde ich denn damals abgeknallt ist das krass unglaublich ey V1 Rakete ne ne nicht bei mir also bei mir war auf jeden Fall keine da war zwar die Explosion zu sehen aber ich war nicht drin ne also eigentlich zumindest sicher ich glaube du wurdest dem Killdok da auch angezeigt echt das würde das erklären ja warum ich so schnell tot war ja ja und warum du auch nicht wiederbelebt werden konntest ja so ja da war ein Luftschlag könnte sein ne ähm dann glaube ich dir mal danke das ist deine Anforderung für ein Panzerabwehrfahrzeug vom Typ C48 ich behörde euch der Fahrzeug Kopfhörer der Fahrzeug ist nach Höfer aufbereit unterwegs wir haben Ziel Friedrich eingenommen erwarte weitere Befehle wir haben Ziel Dora verloren wer kommt denn hier mit dem Fahrzeug an warte mal ist hier noch Platz drinne sehr schön ich bin hier oben drauf ich bin hier oben drauf Fahr du bist oben drauf ich bin über dir genau ich stehe fast auf deinem Kopf drauf achso da steht aber noch einer von unserem Team mit drin da bist du ja schön ach du scheiße ich bin runter naja ist так clever Oh, geil. Voll übertrieben. Ja, hab ich gesehen, ja klar. War nichts übersehend, würde ich mal sagen. Ai, ai, ai. Mobil, komme. Nein. Ja, komm, ich hoffe immer, dass er sich jetzt verzieht. Nein, macht er nicht. Gut, toll. Scharfschütze. Na, schön. Was? Liegt da einer auf dem Boden? Hä, wie kann der? Der hat doch gerade geworfen. Wie kann denn der gerade gleichzeitig da geschocken haben? Okay, nerd. Na, komm, so nicht. Den geht er noch her. Voll. Der liegt da aber auf dem Boden. Der liegt da in der Ecke auf dem Boden. Uh. Gute Arbeit. Wir haben die Cäsar erobert. Die Lemien ist von uns verloren, oder? Na, ja. Na, Mann. Das wird's gut. Überragend. Hä, wie kann ich denn noch negativ sein? Kurz vor Abschluss stand ich bei 9 zu 9. Dann hab ich einen Kill noch gemacht. Dann sind's nach meiner Rechnung 10 zu 9. Und nicht 10 zu 12. Aber gut. Hat dich noch jemand abgeknallt? Ne. Eigentlich nicht. Ich hab 10 noch eingenommen. Und das war dann. Aber nächstes Mal können wir gerne wieder Operationsmodus spielen. Ich weiß nicht. Hier kommt bei der Eroberung, komm ich nicht mehr in Flow irgendwie. Ich seh auch keine Gegner. Deswegen hab ich auch nur 10 Kills. Schiss. No. Weiberei.